Dazu machen wir heute eine tantrische Meditation und Tantra ist eine alte Weisheit, da geht es also nicht nur um Liebe machen oder man könnte sagen um Liebe machen im weitesten Sinn. Tantra ist eine alte Weisheit, da geht es um Hingabe, um sich auflösen. Es gibt ja verschiedene Wege dazu, zu der ultimativen Glückseligkeit zu kommen und eine davon ist zum Beispiel Tantra. Tantra ist die Verbindung, so wie in der Liebe, wie wenn man sich im geliebten Menschen hingibt, aber das eben nicht nur dem Menschen, sondern dem Leben selbst sich hinzugeben. Also Tantra hat eine große Weisheit und wir machen heute eine tantrische Meditation, die heißt Fühle, wie du alle Richtungen durchdringst, weit entfernt, nah. Das Thema Unsicherheit bezieht sich darauf, dass wir eng geworden sind. Also die ganze Wahrnehmung geht zum Beispiel nur noch auf Ängste, auf sorgenvolle Gedanken, auf eine Überreaktion des Körpers, der zu flattern anfängt oder noch mehr Sorgengedanken hochbringt. Die Unsicherheit ist uns sozusagen körperlich anwesend und diese körperliche Anwesenheit, das sind die Begrenzungen, die wir haben innerlich. Das sind also auch Begrenzungen im Kopf, dass wir denken, es geht nicht weiter hier oder es kann nicht weitergehen. Das sind wie kleine Mauern, die uns alle umgeben, die uns überall und im ganzen Körper, im Kopf, im Denken, in den Emotionen umgeben. Und darauf zielt diese Meditation ab. Fühle, wie du alle Richtungen durchdringst, also alle Begrenzungen durchdringst, weit entfernt und du dehnst dich aus, weiter und weiter. Und dann drehst du dich um und schaust zu dir, wenn du ganz weit bist und durchdringst dich auch noch. Das ist also die tantrische Meditation. Dazu sagt Osho, erinnere dich an ein grundsätzliches Gesetz. Leben bedeutet Unsicherheit. Nur wenn du bereit bist, in Unsicherheit zu leben, wirst du lebendig sein. Unsicherheit bedeutet Freiheit. Wenn du bereit bist, dich unsicher zu fühlen und ständig unsicher zu sein, dann wirst du frei sein. Als ich dieses Zitat von Osho das erste Mal gehört habe, ich erinnere mich noch genau, ich war in einem Auto gesessen, auf einem Parkplatz. Mein einjähriger Sohn ist hinten im Kindersitz eingeschlafen und ich konnte nicht aufstehen, weil ich ihn eben schlafen lassen wollte. Und da habe ich dieses Zitat von Osho gehört und habe mir gedacht, so ein Unsinn. Wie soll ich Unsicherheit lieben oder wie soll ich das annehmen, unsicher zu sein? Ich kann ja alles loslassen, aber das mit meinem Sohn zum Beispiel, das muss ich doch zusammenhalten, dass der ein richtiges, gutes Leben hat. Osho hat dann auch noch weiter erzählt und hat gesagt in diesem Diskurs, die Menschen fürchten die Unsicherheit und lieben die Sicherheit. Und wenn sie die Wahrheit kennen würden, wäre es genau umgekehrt. Dann würden sie die Sicherheit fürchten und die Unsicherheit lieben. Und dieser Satz war ein totaler Schock für mich, weil ich gesagt habe, Unsicherheit lieben, ich tue alles, damit meine Unsicherheit sich in Sicherheit verwandelt. Und da steht jetzt Osho und sagt, ja, die Wahrheit ist genau umgekehrt. Die Wahrheit ist, Unsicherheit zu lieben und Sicherheit zu fürchten. Und warum sollte man Unsicherheit fürchten? Deshalb, weil durch Sicherheit, Sicherheit sind Häuser, sind Begrenzungen, sind eingefahrene Autobahnen. Das ist Sicherheit. Man weiß, wie es heute ist und wie es morgen sein wird und wie es übermorgen sein wird. Im Grunde ist das Sicherste eben der Tod, weil da weiß man genau, wie es ist. Das Leben aber besteht aus Unsicherheit. Das Leben geht immer weiter, entwickelt sich in allen möglichen Dimensionen. Und wenn, ich habe jetzt diesen Satz, ist mittlerweile ein ganz wichtiger Satz in meinem Leben geworden. Und ich bin dem gefolgt, ich konnte eigentlich gar nicht mehr anders. Nach und nach habe ich gelernt, die Unsicherheit zu lieben und sie eben nicht mehr zu fürchten, sondern zu sagen, okay, ich fühle mich unsicher manchmal, es geht nicht weiter. Aber so ist es eben. Ich muss mein Leben, oder mein Leben entwickelt sich automatisch weiter. Und ich bin immer die Gleiche. Ich bin da, ich bin präsent. Das steht gerade bei mir an der Tür. Soll ich da mal kurz dran gehen? Ich muss da mal kurz dran gehen. Kleinen Moment, das ist nur ein Paket. Jetzt bin ich wieder da. Nein, bin ich nicht, aber okay. Tut mir leid, die Störung. Aber wie das manchmal so ist. Das Leben ist immer unsicher. Habe ich nicht planen können. Also, dieser Satz. Das Leben ist unsicher. Wenn man sich kleine Kinder anschaut, zum Beispiel, so Einjährige oder Zweijährige, die leben ganz natürlich in Unsicherheit. Da gibt es keine Sicherheit. Die leben einfach in Unsicherheit. Die wissen nicht, wie es weitergeht oder was sich entwickeln wird. Und diesen Geschmack von Vertrauen, wenn man sich die Kinder anschaut, in so einem natürlichen Vertrauen zu leben, diesen Geschmack, den suchen wir heute in uns. Und dazu machen wir diese Meditation. Und dazu machen wir diese Meditation.